Freizeit ist die Freiheit der eigenen Zeit. Seid ihr bereit? Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Schwarzweil-Podcast, dem Podcast zum Hören beim Verplanen, Kanu fahren und beim Rucksack tragen. Yay! Party time! Ja man! Ja man, let's go! Let's dance! Und zwar, wie ihr sicherlich dem Titel schon entnehmen könnt. Entnehmen könnt. Entnehmen. Dann, ähm... Entblößen. Oh. 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 Vielleicht ja mit noch 13 Abonnenten, dann entblößen wir uns. Was? Ja dann sind wir bei 100. Dann haben wir doch gesagt, da gibt's was Besonderes. Vielleicht ziehen wir uns zum Haufen. Achso, ja vielleicht, vielleicht. Ja. Seid gespannt. Seid gespannt. Nachher ein Abonnent weniger. Bleasterhut. Und zwar, nein, heute unterhalten wir uns über Freizeitziele in nah und ferner Zukunft. Oh, shit. Was meinen wir damit? Jonas, kannst du's erklären? Was soll ich da groß erzählen? Also, erklären. Wir haben alle Ziele in unserem Leben, für unsere Freizeit, für uns, gut, für Karriere, da juckt eh niemand, aber für unsere Freizeit. Wuhu! Ich hab auch keine Bucketliste, ich weiß, was ich will. Ja, ist ein Monster. Ja, Mann. Ich hatte nur noch Schuhe an. Ich hatte nur noch... Nein. Nein, der kommt doch auch so, ich weiß. Ja, kann sein. Also, Paper-Spiel finde ich toll. Da geh ich auch mit, weil ich will dich ganz oft abschießen. Aus nächster Nähe. Ich nehm ein Messer mit dem Munitionssporn. Nice. Nice. Nice knife. Nice. Knife, nice. Du bringst auch ein Messer mit zu einer Schießerei, ne? Ja, wenn's geht. Ja. Kann man immer brauchen, ne? Vielleicht haben die kein geschnittenes Brot. Vielleicht haben die kein geschnittenes Brot. Kann man mal abbeißen, oder was? Der rechte Mann hatte Messer im Sack. Der rechte Mann hatte Sack am Messer. Was? Der rechte Mann hatte Sackmesser. Oder Messersack. Nein, das schweigen wir schon. Da kommt mal das Messer im Sack auf. Lol. Da geholt man das Sack am Messer auf. Was kann man denn? Wir müssen ja wieder zum Thema zurückkehren. Okay. Was könnte man denn jetzt momentan so machen? Zurzeit ist ja so schlecht, ne? Mit anderem drum und dran. Aber? Aber man kann trotzdem Sachen machen. Man kann trotzdem Sachen machen. Weil was machen Sachen? Zum Beispiel kann man... Man kann erst wieder zum Friseur gehen. Ja, Mann. Man kann seinen Führerschein beenden. Ja, endlich. Ich habe endlich Fahrstunden. Oh mein Gott. Bleibt alle zu Hause. Echt so, bleibt alle zu Hause. Socialistin singen und so. Ja, bleibt zu Hause sonst. Überfährt er euch. Und wenn nicht, kriegt er Corona. Also, wie ihr merkt, sieht nur schlecht aus, wenn ihr rausgeht, ne? Ja. Ja. Das Auto ist 1,50 Meter breit. Also, wenn ihr den Mindestabstand einhaltet, dann fährt er zwischen euch durch. Wenn nicht, dann drüber. Ja, Mann. Also, was wir noch geplant haben, ist ja klar, ich, Jonas und Justin, wir wollen nämlich noch wandern. Wir wollen noch Wander gehen. Ja, das haben wir auf jeden Fall geplant. Das ist ja auch draußen und... Lauf so im Gänsemarsch mit 1,5 Meter Abstand. Ja. Jetzt wollen wir es dann bald machen. Ja. Und man kann zu McDonalds fahren. Allein oder zu zweit. Zu zweit. Oder laufen. Wer alleine nach McDonalds... Für Männer, für Körpergesundheit. Wie heißt das? Wer allein... Für Bewegung. Bewegung. Kreislauf und so. Also, wer allein zu McDonalds fährt, ist schon traurig. Also, wir wollen jetzt keine Leute hier judgen, die... Gut, wobei, ich habe ja als Ziel, dass meine erste Fahrt mit dem Führerschein zu McDonalds ist. Ah, die schauen nicht allein. Ja, gut, die wird mit... Also, wir waren zu viert bei meiner ersten Fahrt zu McDonalds. Oh, shit. Ja, man. Das war geil. 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 Ja, und zurzeit kann man viel online machen, aber ihr könnt auch rausgehen, ne? Ihr könnt spazieren. Spazieren gehen, Fahrrad fahren gehen, Rucksack tragen, Kanu fahren. Ja, man. Kanu fahren... Kanu fahren geht, glaube ich, manchmal, vielleicht. Ja, Kanu fahren haben wir auch während Corona gemacht. Aber da war es halt noch relativ locker. Ja. Ansonsten müsst ihr euch ein Kanu kaufen. Bei Decathlon oder so gibt es bestimmt ein Kanu. Ja, garantiert. Könnt ihr kaufen. Amazon. Amazon. Amazon bestellen. Die Leute sehen, die die Kindheit... DHL hasst euch. Bitte einfach in die Garage stellen. Bitte in den Briefkasten werfen. Bitte in den Ablageort. Jawohl. Und den Teppich. Ja. Also, was kann man denn noch? Europapark soll anscheinend im Mai wieder aufmachen. Nice. Ja. Voll geil. Oder ihr macht jetzt einfach irgendwie so... Ein Podcast. Ein Podcast. Ja. Nein, machen sie nicht, weil das ist Konkurrenz. Echt so? Ihr macht keinen Podcast. Ihr könnt Videos machen, in denen ihr unseren... Ihr könnt Reaction-Videos auf unseren Podcast machen. Ihr könnt Reaction-Videos machen. Ja. Ja, Mann. Das geht auch von zu Hause. Ja, Mann. Ich bin voll dabei. Also, falls hier irgendjemand... Irgendein großer Creator zuschaut, zuhört, wie auch immer. Dürft uns... Also, ihr habt hiermit das offizielle Recht, auf uns zu reacten. Ja, Mann. Reactet auf uns. Länger. Oder falls jemand... Und was ihr jederzeit machen könnt, egal ob jetzt gerade Lockdown ist oder nicht. Ihr könnt das Video liken. Ihr könnt kommentieren. Und ihr könnt dem Kanal folgen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr den Kanal... Kann... 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 Den Kanal abonnieren. I don't know, can you? Das ist so ein dummer Sprachfehler. Sprachfehler in den dümmsten Momente, Alter. Echt so? Mein Gott, wie peinlich. Können wir gerade von vorne anfangen, ey. E-Mail. Mann, äh. Gut, solange es YouTube Untertitel nicht erkennt. Ja, das stimmt. Einzelne Sorte. Einzelne Sorte. Ja, stimmt. Logopädisch ja gerade auch ganz schlecht, oder? Haben die offen? Weiß ich nicht. Ja. Wir würden schon einen Sprachfehler beheben. Was? Mit Maske. Also, ich weiß, Physiotherapeuten haben offen. Aber Logopäden sind ja eigentlich nichts Lebenswichtiges. Aber die machen bestimmt auch bald wieder auf. Ja, bestimmt. Ja. Ja, die Schulen machen ja mal bald wieder auf. Das ist so dumm. Ich finde es so dumm. Schule. Woo. Ja, es macht halt auch einfach keinen Sinn. Woo. So, es hat zweimal schon nicht funktioniert. Ich würde Schule einfach ganz normal... Also, ich hätte Schule von Anfang offen gelassen, weil ich finde es nicht gut, wenn man die einfach zumacht. Scheiß drauf kochen. Kackkinder müssen in die Schule. Als ich in deren Alter war. Hatte der keine Pandemie. Außer vielleicht Vogelgrippe oder so was. Ja, eben. Wir hatten Schweinegrippe... Äh, Schweine... Pescht? Schweinepescht? Nicht? Schweinepescht und Vogelgrippe, glaube ich. Irgendwo. Ja, und diese Sprossen... Windfocken. Nein, 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 nein. In den Bambussprossen und so, war doch auch mal so ein Virus. Ah, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, sieh mal. Haha, habe ich alles überlebt? Ist das schon die vierte Pandemie, die ich hier überleben muss? Übrigens kommt Vogelgrippe gerade wieder zurück, ne? In Norddeutschland haben sie wieder Fälle. Yay. Aber was da oben passiert? Das haben wir vor einem Jahr auch gedacht, was so in China passiert. Naja, egal. Ja, hast auch wieder recht. Ähm... Was möchtest du denn noch außer Paintball so in Zukunft machen? Wenn alles wieder nochmal läuft. Ein Flügerschein. Das ist kein Freizeitziel. Doch, eigentlich schon. Aber dann habe ich jetzt schon angefangen. Ähm... 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 Also will Star Wars gucken? Ja. Ja, wir müssen auch noch unseren Marvel... Ja, nee, ist auch was. Unseren Marvel-Marathon weitermachen. Marvel, die Marvel-Filme müssen wir noch weiterschauen, ja. 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 Ich habe jetzt übrigens Ding... Was war's? Äh, Hulk habe ich jetzt mal angeschaut. Uh. Gibt's ja auf Netflix. Uh. Ich habe beide angeschaut. Uh. Oder sind es drei? Ich weiß nicht. Zwei oder drei. Eins ist, glaube ich, einfach nur die alte Version vom anderen. Ja, das kann sein. Die habe ich beide angeschaut. Uh. Ich dachte, das wäre ein anderer Film. Uh. Haha, der war so... Kurz vor Schluss, du so. Hm. Nein, das geht jetzt. Jetzt kommt... Déjà-vu. Das kenne ich doch irgendwoher. Ja, Mann. Also, ich will in meiner Freizeit... Ich muss auf jeden Fall noch mit Simon in den Europa-Park, weil ich es ihm ja zum Geburtstag geschenkt habe. Du musst. Und... Ja, er war noch nie. Du bist dazu verpflichtet. Und ich habe... Er war noch nie im... Ja, und ich habe gesagt, das geht nicht. Ja, gut, okay. Ich war auch nur... Zwei. Zweimal. Ja, aber er ist wesentlich älter und war noch nie im Europa-Park. Ja, gut, das erste Mal, wo ich war, bin ich mit meinem Cousin hingegangen und der war auch noch nie. Und der war 18, glaube ich. Das freut mich. Ja. Kamst du auch wieder zurück mit ihm? Ja. Schön. Ja. Ja, eben, aber das geht nicht, dass Simon da noch nicht war und, ähm, ja, das haben... Das würde ich machen und eben die Wanderung auf die freut mich und was kann man denn noch so tolles in der Freizeit... Oh, ich freue mich wieder auf... auf Club... Jaaa... Feiern... Alter... Weinklub-Party, Weinmesse... Weißt du was, in... in weniger als im Jahr bin ich 18 und wenn da noch keine Lockerungen sind, dann... ... tę- 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 listening der Gänse... 빠� episodes from the pub... Quote, I'm going to listen to UNDERGAD... Jaaaaaa.... Hast du das auch so einen Freizeitziel von dir, dein 18er Geburtstag? Ja, ... Ah, n... ja, das ist irgendwie ein... Ja, echt mein großes Ziel... 18... War's egal. Dennoch geht's eben bloß noch Bergob 받고. Dann ist... E-gaaaal. Nä- Nö- Oh, ich will wieder nach Dublin... Das hab ich... Da will ich auch mal hin. H Oh, ich will. Tja, such jemand mit dem, der geht. Ich habe andere Freunde. Nein, Dublin ist wunderschön, kann ich nur jedem empfehlen. Kann auch richtig geil essen gehen. Ich will mal wieder nach Schweden, aber das Urlaubsziele hatten wir schon mal. Ja, aber das... Aber vielleicht haben wir neue Zuschauer. Ja, Zuhörer. Sie sehen uns nicht. Nee. Sie sind so auf unserer Insta-Seite oder auf unseren Insta-Profilen, während sie das hören, so. Dann ist viel Realitätsnauer. Realitätsnauer. Also natürlich ist auch unser Freizeitziel... So wie Photoshop, so den Mund so offen zu bewegen die ganze Zeit. Also natürlich ein Freizeitziel, dass wir noch weitere 400 Folgen vom Schwarzfall-Podcast aufnehmen. Mindestens. Und auf die 1000 Abonnenten dieses Jahr kommen. Möglich ist. Wir brauchen 1000 Abonnenten und 4000 monatliche Dings-Spielstunden. Und dann bekommen wir Geld. Yay! Also Leute, wenn ihr wollt, dass wir Geld haben, weil dann haben wir mehr Budget und dann können wir auch so voll krasse Videos machen. Dann werden wir gesponsert und so. Dann können wir viel mehr uns auf die Videos und auf den Podcast konzentrieren. Ja, weil dann kann ich kündigen und Jonas kann die Schule abbrechen. Kann Schule abbrechen. So wird man doch YouTuber. Dann machen wir uns halt noch einen TikTok-Account. Dann sind ja auch mal alle sehr erfolgreich. Stimmt, ja. Und dann schaut ihr in unsere Edelste-Story. Like für Part 2. Swipe up. Ja. Wir brauchen den blauen Haken. Dann kann man so Swipe-Up-Dinge in unsere Story machen. Dann folgt uns auf Insta und promotet uns irgendwie. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Das war absolut schief. Ich bin eigentlich egal, ob es schief war. Also ich glaube nicht, dass die Leute jetzt auf einmal denken so. Boah, nee, Alter. Jetzt schalte ich ab. Tschüss, das war's, Alter. Jetzt ist die Grenze überschritten. Was möchte ich noch machen? Ich will irgendwie mal wieder auf ein Konzert gehen. Ja, ich will auch auf ein Konzert. Ja, Mann. Das fände ich mal. Ich will aufs Tomorrowland. Guckst du mit? Nein. Nee, ich gehe mit Rubens. Ja, ich bin kein Festivalmensch. Ich liebe Duschen. Ich würde hingehen, aber ich würde mir so ein Hotel nehmen. Die sind immer so schnell ausgebucht. Aber Festival und Hotel ist übelkacke, glaube ich. Das ist mir egal. Ich will duschen. Auf dem Campingplatz gibt es auch Duschen. Ja, lecker. Wie die dann aussehen. Lecker. Das ist bestimmt witzig. Ich würde dann vielleicht für einen Tag, ne, zwei Tage, dann kann ich morgens duschen und dann muss ich halt durchmachen. Oder so. Ja. Ich habe ein Stück Seife mit und hoffe, dass es regnet. Das ist doch bestimmt Bach in der Nähe. Nee, ich bin kein Festivalmensch. Und aufs Dings, ähm. Ich habe den Namen vergessen. Nature One. Da möchte ich auch noch unbedingt hin. Und da weiß ich auch schon, mit wem ich hingehe. Okay. Freut mich. Ich bin dir. Ja, ich will da auch nicht hin. Ich weiß. Nee. Ich bin derzeit, wenn ihr dann da so auf Nature One seid, schicke ich so Bilder, wie ich da am Duschen bin. Ah, ist das schön. Eine schöne warme Dusche. Ich werde mich hier nicht dran erinnern können. Ich werde mich dran erinnern können und ich werde dir Bilder schicken, wie ich da am Duschen bin. Nackt. Komplett. Komplett nackt. Guck mal, ich will gerade duschen. So wie Gott mich schuf. Nur ein bisschen übergewichtiger. Ich hatte heute, ich habe heute fünf Quarkbällchen gekauft im Aldi. Quarkbällchen. Weil die waren da im Angebot. Fünf Stück für einen Euro. Anstatt für eins für 25. Anstatt eins für fünf Euro. Dann habe ich drei gegessen und zwei habe ich übrig gelassen und habe dann mal erst mal so einen Zettel geschrieben und dann habe ich so, For you if you like, because you like balls too. Feierlich. Ja, sieht fast auch lustig. Das ist schön. Aber ich bin in meiner Freizeit ganz viel Deko einkaufen. Habe ich ja Justin versprochen, dass ich das mit ihm zusammen mache und darauf freue ich mich schon. Das ist halt lustig. Ich mag Deko nicht. Also doch, ich mag Deko schon, aber wenn ich sehr raussuchen muss, mag ich Deko nicht. Das verstehe ich, wenn man sich hier so umschaut, aber... Eben. Ja, Mann. Nein, ich mag Deko. Weil, so, nee. Ich weiß, ich bin zu faul und zu ungeduldig, dass ich da was richtig liegt. Wenn du was siehst, dann brauchst du keine Geduld. Wenn du was siehst, dann weißt du, was das ist. Dann weißt du richtig so... Dann machst du dich so... Dein Blut kommt in Wallung. Ja, Mann. Und worauf ich mich auch sehr wieder freue, was man jetzt noch nicht machen kann, aber bald wieder, hoffe ich. Nein, shoppen. Ich will wieder shoppen gehen. Ich will neue Schuhe. Aber ich will sie mir nicht online bestellen. Du wolltest doch Schuhe in Dublin kaufen. Die gibt's nicht mehr. Die gibt's ja nicht mehr im Online-Shop. Oh, vielleicht ein Zeichen. Vielleicht gibt's die irgendwo gebraucht. Nee, danke. Hast du sie? Psst. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. 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 Also, was wir auf jeden Fall in der Freizeit machen, wir werden uns sehr viel beschäftigen mit dem Schwarzer Podcast, mit neuen Videos, neuen Themen. Und was wir dann mehr machen können, irgendwann. Mhm. Qualität steigt. Tendenz nach oben. Genau wie der Meeresspiegel. Äh. Werdet Öko. Werdet Öko. Werdet die Wale. Esst mehr Banach. Ja, Mann. Das senkt die Weltbevölkerung. Esst mehr Chinesen. Ja, Mann. Ich lieb Chinesisch. Ja. Oh, ja. Essen gehen. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Da freuen sich so viele drauf. Einfach wieder richtig geil essen gehen. Wir müssen mal wieder ins Square oder zum Chinesen. Ja, wenn die mal wieder offen haben. Äh. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja. Ist das Hexenacht? Das wäre eigentlich dieses Jahr gewesen. Also stimmt. Ich hoffe, dass es vielleicht nächstes Jahr dann machen, weil die brauchen ja das Geld und bei Hexenacht, da nehmen die halt über viel Geld ein. Ja, stimmt. Hast du gesagt, hast du gesagt. Die sind jung und brauchen das Geld. Jungen, Leute, verzeih mir. Hilf mir doch. Hilf mir. Nachenzunft im Brennpunkt. Nee, aber da habe ich auch voll Bock drauf. Yay. Vor allem dann bist du all 18. Yay. Ich bin jetzt 18. Sie sind nicht mehr Zeit. Sie sind überall. Das ist ja krank. Okay, ich habe ein anderes nicht gemeint, aber. Du bist der einzig Wahre. Und der lange. Also wenn die Leute Spätschen jetzt nicht abgeschaltet haben. Du, dann weiß ich auch nicht. Das sind wahre Fans. Oder sie hören Jo Oli. Dann können sie bitte weg. Please go. Das sind entweder wahre Fans von uns oder von Jo Oli. Das sind die Hater. Die Hater. Trau doch, ich komme zu mir. Komm doch, Junge. Mädel, Leute, servus und herzlich willkommen. Ja. So, was, 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 nein. Was will man denn noch als, was hast du noch so vor, freizeitmäßig? Freizeitmäßig? Ich meine, wenn dann wieder alles normal anfängt, dann wirst du dich ja wieder in Band stürzen. Ja, Band wird es wieder sein. Orchesters werden wieder sein. Oh, hier hätte ich gar keinen Bock drauf. Alter, wir können dann endlich wieder richtige Feuerwehrproben machen. Ihr scheiß Online-Rotze da. Legt jemand bei sich zu Hause so ein Feuer und ihr müsst online ihm sagen, wie er es auskriegt. Nein, das wäre ja cool. Das wäre ja schön. So, dann sagt jetzt mal jemand, wie ich es auskriege. Hinten ein Brett zu übel. Kann ich jemand hören? Verbindung unterbrochen. Buddy in your channel, timed out. Leute. Hallo. Ich bin noch der Neue. Nee, das ist ja gerade. Das ist nur Theorie. Und... So ein Hydrant setzt man, indem man den Deckel aufmacht, indem man den Hydrant reinmacht und... Hä? Hä? Nee, juckt mich jetzt halt. So, was hier liegt. Ich will am Bach sitzen, chillen, Schwimmbad. Schwimmbad? Grillen gehen. Mit Freunden. Alter, lass grillen. Nächste Woche, wir grillen. Egal, bei Wind und Wetter. Nee, nächste Woche ist bei mir ganz schlecht. Du, nächste Woche ist blöd, gell. Guck, ich sterbe gerade. Ich überlebe die nächste Woche nicht. Du, nächste Woche hat meine Oma Geburtstag. Du, nächste Woche ist mein Hamster gestorben. Ich weiß nicht. Jahrestag. Da habe ich meine erste Hautzelle verloren. Ich habe mir immer noch... Was? Ich habe die eingerahmt. Ich glaube, da... Ah, einfach wieder Dorffeste. Hoffentlich geht das im Sommer wieder. Ich habe so halbe Meile... Alle möglichen Feste einfach. Ja. Ja. So halbe Meile der Strandfeste steht jetzt ja so gut. So geil. Ja, Mann. Und... Das ist ja was denn das. Und... Es war schwer. Es war schwer. Dieser Weg. Wird kein Leib. Ja, vor allem auch einfach wieder... Dass man halt sich wieder mit mehr Freunden treffen kann. Ja, scheiße, der bleibt auch immer... Ohne, dass man nicht so... Dann so gucken muss, so... Also natürlich mache ich sowas nicht, dass ich viel mehr Freunden während dieser Zeit treffe. Aber wenn ich es machen würde... Da muss man ja immer so schauen, so... Oh, hoffentlich sieht es keiner und so. Ja, eben. Und das ist voll kacke, wenn dann zum Beispiel meine Cousine bei meiner Mama für Nachhilfe da ist. Und dann sage ich so... Ne, Fabi kommt noch zum Aufnehmen, so... Ne, ein bisschen... Geht das, ne? Ja gut, aber ich gehe ja dann nicht ins Wohnzimmer. Ja, da ist dann so halbwegs noch einfach... Wir sind dann halt unten und wir bleiben unten und so. Wir bleiben unten. Wir bleiben drin. Ja, Mann. Einzündete... Alter, wieso habe ich jetzt von jedem Scheißwort ein Ohrwurm? Du... Ne, fang... Ich bin von jedem... Nein. Das war in unserem Intro. Ja. Seid ihr bereit? Schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr denn noch so für Ziele? Was könnt ihr uns empfehlen, was wir an Zielen... In unsere Bucketlist mit aufnehmen müssen? Ja, Mann, was ist ein Must-Do in der Freizeit? Echt so. Haut die Kommentare voll, Leute, spammt rein. Echt so. Like and subscribe und kommentiert, weil das ist gut für uns, für den Algorithmus. Da werden wir vorgeschlagen, kommen wir in die Trends auf Platz 1. Ja, Mann. Wir geben euch... Was geben wir aus? Geben eine Pizza. Jedem eine Pizza, wenn wir auf Platz 1 in den Trends kommen. Aber nur mit dem Video, weil sonst irgendwann kommen wir mit... mit dem anderen Video in Platz 1 und dann sagen wir... Nein, damals hat der gesagt, bei dir Platz 1... Wir haben solche Freunde. Ja, das steht in den AGBs. Die... Die habe ich mir durchgelesen. Hab ich akzeptiert. Und akzeptiert. Ja. Eben. Ja, die muss man akzeptieren. Ja. Würde ich sagen. Ja. Also... Das wird jetzt hier festgelegt. Wenn wir irgendwann mal auf Platz 1 in den Trends kommen, dann spendieren wir jedem eine Pizza, der dieses Video ja angeschaut hat. Dann kann ja jeder kommen. Ich habe es aber angeschaut. Das kann man nachgucken. Oh. 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 Dann müssen wir auch, wer es nicht angeschaut hat... Uh-huh. Wer uns enttäuscht... Uh-huh. Wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Naja, aber nichts kann uns so sehr enttäuschen, wie wir uns selbst enttäuschen können. Uh-huh. Uh-huh. Hör mal in Neufahrzeuge. Ich hätte Chorbeit reden. Uh-huh. Ich wäre echt schon mal schon lustig, aber dann müsste ich halt da immer mit. Weißt du, gerade so zum Beispiel Jugendchor. So. Dann muss ich aber in die Kirche. Uh-huh. Und das will ich nicht. Singen kannst du schon, ja. Uh-huh. 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 Nein, ich hätte schon Bock, aber eben, das ist es mir nicht wert. Dann singe ich lieber im Auto. Da entdeckt mich bestimmt auch irgendjemand. So ein Polizist, der gleichzeitig beim Plattenlabel arbeitet. Der hat einen Freund und von dem die Frau, dessen Schwager... ...hat einmal Dieter Bohlen gesehen auf der Straße. Yay. Nein. Ich glaube, bevor wir jetzt noch mit deinem Kopf zum Explodieren bringen mit 80.000 Ohrwürmer... Puh, zu spät. Gehen wir lieber zur nächsten Folge über. Okay, schaltet nächste Woche wieder ein. Ja, die machen so eine Playlist und dann... Deswegen sagen wir jetzt die nächste Folge, weil dann kommt der Autobahn zur nächsten Folge. Weil die binge-watchen das ja natürlich, ja klar. Ja, von Anfang an jedes Mal. Hoffentlich. Ha, ja. Ha, 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 ha. Wir haben nicht umsonst eine Playlist mit allen Folgen erstellt. Echt so? Wenn ihr das nicht zu wertschätzen wisst, dann... ...wissen wir euch auch nicht zu wertschätzen. Naja. Wert zu schätzen. Ich hau dich klein. So, da ich Jonas jetzt Gewalt antun muss, müssen wir diese Folge jetzt hier beenden. Wir pausieren und in der nächsten Folge seht ihr die Resultate. Die Lösung. Die, ihr seht ihr die Resultate. Das ist so ein Bild ganz am Anfang von dir, so blaue Flecke. Ne, von mir, weil du mich fertig machst. Weil ich, ich hau ja nicht, ich bin so zärtlich. Ah. Ich bin so sensitiv. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ja. Wünscht euch noch einen schönen Sonntag. Und wünscht euch noch eine schöne Woche. Genießt es. Genießt die Zeit. Kommt gut auf dem Bett. Geht ab und schuh mal raus. Abonniert. Und like und subscribe. Und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.